Hallo ihr Lieben, heute machen wir ein Ganzkörperworkout gemeinsam. Mein Name ist Isi aus dem Isi Sport Sonnelfingen und ihr versucht hier wirklich einfach mitzumachen. Wir haben 40 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Während der Pause erkläre ich euch immer kurz und knackig die nächste Übung und ihr versucht dann wieder mit einzusteigen. Ich sag die Übungen dann immer vorab an und ihr macht mit, sodass wir richtig unsere Muskeln ausbrennen können und gemeinsam richtig ins Schwitzen kommen. Ich wünsche dir viel Spaß und wir beginnen. Wir machen uns erstmal ein bisschen warm, das heißt wir gehen hier und joggen auf der Stelle. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule, Schultern ziehen tief in den Rücken und nimm deine Arme hier seitlich mit. Und wir federn ein bisschen, hoch und tief federn, Spannung reinbringen, ganz leicht federn hier. Und wir strecken die Arme seitlich aus und wippen hier zurück mit den Armen gleichzeitig. Komm. Sehr gut. Halte das ganze Schultern ziehen schön tief und lächeln. Sehr gut. Und wir gehen in den Marsch und federn mit den Armen schön zurück. Wir kreisen die Arme, groß nach hinten kreisen, vor kreisen. Achte hier wieder drauf, Schultern schön in den Rücken reinziehen, zurück kreisen. Komm. Und komm in den Hüftbreitenstand und wir gehen hier im Wechsel gestreckt mit dem Bein vor. Diagonal. Komm. Sehr gut. Bauchnabel zieht hier wieder Richtung Wirbelsäule. Bleib von deiner Brust aufgerichtet. Und komm. Hepp. 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 Spannung reinbringen. Und bleib hier. Wir beginnen hier unsere Knie nach oben anzuheben, gehen im Wechsel hoch und hepp. Komm. Hoch. 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 Komm. Tempo reinbringen. Auf geht's. Und zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und komm in den Hüftbreitenstand. Wir gehen in den Hampelmann. Komm. Hoch. Hoch. Sehr gut. Achte hier wieder auf deine Bauchspannung. Gut. Sehr schön. Ich hoffe ihr seid ein bisschen warm geworden jetzt. Wenn nicht, dann werdet ihr es jetzt spätestens werden. Tief. Ich stelle meinen Timer noch kurz ein. Und dann beginnen wir. Wir beginnen mit den Beinen. Kniebeuge. Wir fangen an mit einer Kniebeuge. Hüftbreiter Stand. Gehen mit dem Gesäß schön tief. Halte hier kurz. Schultern ziehen schön zurück. Langsam wieder hoch. Gehen wieder tief. Halte hier kurz. Explosiv hoch. Tief. Und hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Komm. Und Tempo reinbringen. Komm. Hepp. Langsam und kontrolliert zurückgehen. Hoch. Nächste Übung. Gehen wir in den Ausfallschritt. Becken zeigt hier nach vorne parallel. Füße zeigen parallel nach vorne. Hinteres Bein beugt schön nach hinten. Und wir gehen tief. Hoch. Tief. Und hoch. Tief. Hoch. Tief. Und hoch. Bleib unten. Kleine Wippbewegung. Komm. Tief. 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 Spür hier richtig rein. In deine Muskulatur. Und komm wieder hoch. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Sehr gut. Komm. Wir haben es gleich geschafft. Und wir wechseln dann die Seite. Seitenwechsel. Auch hier wieder. Becken zeigt nach vorne. Füße zeigen parallel nach vorne. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Schultern ziehen tief in deinen Rücken. Und wir gehen wieder tief. Hoch. Und tief. Hoch. 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 Halt. Bleib hier. Und kleine Wippen der Bewegung reinbringen. Komm. Und 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Komm hoch. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Und tief. Hoch. Hoch. Tief. Hoch. Und tief. Sehr gut. Schüttel deine Beine kurz auf. Und wir beginnen das Ganze wieder von vorne. Kniebeuge. Dann wieder im Wechsel die Ausfallschritte. Diesmal bringen wir aber noch ein bisschen Variation mit rein. Und komm. Hilffreiter Stand. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Und spring. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. 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 Hoch. Tief. Und Sprung. Komm. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Nächster wieder Sprung. Komm. Tief. Hoch. Noch einmal. Komm. Tief. Und spring. Und komm. Bauchnabel fest anspannen. Sehr gut. Und komm wieder in die Ausfallschrittposition. Becken zeigt nach vorne. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Und wir gehen wieder. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Tief. Wippen. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und hoch. Tief. Hoch. Tief. Und hoch. Und fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und hoch. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Hoch. Und bleib tief. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und komm. Durchhalten. Komm. Tief. Sehr gut. Beinwechsel. Also meine Oberschenkel, da merke ich schon schön. Und genau das darf sein. Die Oberschenkel müssen brennen. Arbeite hier wirklich richtig rein in die Muskulatur. Wir beginnen wieder. Geh tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Wir bleiben unten. Komm. Und fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und hoch. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Bleib tief. Komm. Und zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Komm noch ein bisschen tiefer. Komm. Und. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Sehr gut. Schüttel deine Beine aus. Und wir beginnen das Ganze. Noch einen letzten Durchgang von vorne. Nochmal die Kniebeuge. Mit Variation. Und. So. Und komm wieder tief. Hoch. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Tief. Beim nächsten Tief. Komm hoch in den Sprung. Hepp. Und tief. Hoch. Und tief. Hoch. Tief. Und Sprung. Komm. Hepp. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Und hoch. Komm. Hepp. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Wow. Komm. Tief. Sprung. Noch einmal. Komm. Und Sprung. Sehr gut. Komm in den Ausfallschritt. Eine letzte Runde. Becken zeigt nach vorne. Bauchnabe zieht Richtung Wirbelsäule. Und geh tief. 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 Und hoch. Komm. Und tief. 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 Und hoch. Und geh tief. 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 Bleib kurz hier. Halte. Halte. Komm 10. 9. 8. 7. 6. 5. Komm noch ein bisschen tiefer. 4. 3. 2. 1. Hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Tief. Und tief. Und wechsel die Seite. Auch hier wieder. Achte drauf. Schultern ziehen tief in deinen Rücken. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Becken zeigt nach vorne. Bring hier ganz Körperstabilität auf. Und wir gehen wieder tief. 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 Komm tief. 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 Spannung reinbringen. Komm. Komm noch ein bisschen tiefer. Komm. Jawohl. Und durchhalten. Komm. Und halte hier. Und 10. 9. 8. 7. Komm tiefer. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hoch. Und ab. Und hoch. Und ab. Hoch. Und ab. Und hoch. Sehr gut. Wow. Meine Oberschenkeln, die brennen wie die Hölle. Nächste Übung, die wir machen. Wir gehen in die Liegestützposition. Und gehen im Wechsel. Berühren mit der Hand unsere Schultern. Achte hier drauf, dass das Becken komplett stabil bleibt. Handgelenke sind direkt unter der Schulter. Mach das Ganze langsam und kontrolliert, sodass du wirklich die Stabilität in deinem Becken hast. Achte auf die Atmung. Atme tief ein. Und langsam wieder aus. Sehr gut. Nächste Übung, die wir machen. Wir machen was für den Bauch. Und dazu gehen wir hier in den Unterarmstütz. Und kommen hier mit unserem Kopf zwischen die Arme. Strecken unser Gesäß nach oben. Im Wechsel. Vor. Hoch. Vor. Und hoch. Vor. Hoch. Und vor. Sehr gut. Achte hier auch wieder auf die Atmung. Mach das Ganze langsam, kontrolliert und stabil. Und spür hier richtig in deine Bauchmuskulatur rein. Bauchnabel zieht hier Richtung Wirbelsäule. Sehr schön. Wir beginnen wieder von vorne. Machen insgesamt drei Sätze. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Sätze. Gehen wieder hier in die Blankposition, Liegestützposition. Und im Wechsel mit deinen Händen deine Schultern berühren. Becken bleibt stabil. Kopf bleibt in Verlängerung von deiner Wirbelsäule. Schultern ziehen tief in deinen Rücken. Sehr gut. Komm, wir haben es gleich geschafft. Gut. 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 Wow. Ich komme schon richtig ins Schwitzen. Ich hoffe ihr auch. Kommt einmal wieder in den Unterarmstütz. Und wir beginnen wieder mit unserer Bauchübung. In vier, drei, zwei, eins. Los geht's. Komm. Gib hier richtig Power rein. Komm. Bauchnabel zieht hier Richtung Wirbelsäule. Schultern gehen weg von deinen Ohren. Und bring hier Spannung rein. Sollte es dir zu anstrengend sein, dann halt die Position hier. Achte drauf, hier nicht ins Hohe Kreuz zu fallen. Spannung auch in deine Beine. Sehr gut. Ein Durchgang noch. Wir haben es gleich geschafft. Und. Komm. Einmal hier wieder nach oben. Komm. Und im Wechsel. Durchhalten. Schultern ziehen hier weg von deinen Ohren. Kopf bleibt in Verlängerung von deiner Wirbelsäule. Und auch hier, wenn es dir zu anstrengend ist, dann halt die Position. Oder geh hier auch gerne auf deine Knie. Und halt hier die Position. Versuch hier immer wieder im Wechsel dich auszulasten. Langsam und kontrolliert die Übungen zu machen. Das ist das aller aller wichtigste. Und kurze Pause. Sehr, sehr gut. Wir haben noch einen Durchgang hier mit unserem Bauch. So, komm wieder in die Blank Position. Und komm. Spür hier richtig rein. Und komm. Wir haben es gleich geschafft. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber halte durch. Denk an dein Ziel. Denk an den Sommer. Und denk daran, dass es du für dich machst. Für deinen Körper. Für deine Gesundheit. Und komm. Sehr gut. Ich glaube, einen Durchgang haben wir noch. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Eine Runde haben wir noch. Eine letzte. Komm wieder in die Liegestützposition. Und komm. Und durchhalten. Komm. Atme tief durch die Nase ein. Langsam wieder aus durch deinen Mund. Die letzten zehn Sekunden laufen. Komm. Spannung reinbringen. In deinen Körper. Halte die Übung, wenn du es nicht mehr aushältst. Wenn es gar nicht mehr geht, halten. Und lösen. Unterarmstütz. Und dann haben wir den Durchgang geschafft. Und komm. Komm wieder in die Position. Und los geht's. Komm. Bauchnabel zieht hier Richtung Wirbelsäule. Schultern gehen weg von dem Ohr. Spannung reinbringen. Komm. Sehr gut. Komm. Weiter geht's. Auf geht's. Und vier. Drei. Zwei. Eins. Und gut. Komm. Wir haben noch drei Runden insgesamt. Und da gehen wir jetzt einmal in Rückenlage. Kommen in die Crunch Position. Beziehungsweise hier heben die Schulterblätter weg vom Boden. Beine sind gestreckt. Arme strecken. Und komm hier in die Schere. Und komm. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Atme tief durch deine Nase ein und langsam wieder aus. Wenn du magst und es dir zu schwer ist, dann nimm hier deine Arme seitlich, sodass du wirklich komplett den Fokus in deine Bauchmuskulatur bringen kannst. Und komm. Sehr gut. Komm in Rückenlage. Beine sind aufgestellt. Und wir gehen dann seitlich. Toe-Touches. Rechts, links im Wechsel. Hier mit deinen Händen deine Fersen berühren. Und komm. Schulterblätter heben. Ab vom Boden. Bauchnabel zieht hier wieder Richtung Wirbelsäule. Und mach das langsam und kontrolliert mit der Atmung. Spür hier richtig rein. Einatmen zur Seite. Ausatmen zur Mitte. Einatmen zur Seite. Ausatmen zur Mitte. Sehr gut. Letzte Übung. Bring deine Hände auf die Oberschenkel. Und schieb deine Hände dann Richtung Knie nach oben. Schulterblätter bleiben während der gesamten Übung weg vom Boden. Und ich komm schon so ins Schwitzen, dass ich total verschmiert bin. Und komm. Ich hoffe, dir geht es auch so. Spür hier wieder richtig in deinen Bauch hinein. Bauchnabel zieht hier Richtung Wirbelsäule. Komm nach oben. Und arbeite wieder mit der Atmung. Tief durch die Nase ein. Langsam wieder aus. Tief ein. Hochkommen. Ausatmen. Sehr gut. Du hast es geschafft. Wir sind durch. Cool. Dankeschön fürs Mitmachen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Bis dann.